Der Rapper Eminem zählt zu den bekanntesten und reichsten Musikern auf der ganzen Welt. Viele haben seinem Beispiel gefolgt, haben sich an seiner Musik inspiriert oder genossen ganz einfach die Rap-Texte, die besonders vielseitig waren. Für die Szene des Raps ist Eminem schon ein eher älterer Mitbestreiter. Umso schwerer fällt es, Aufnahmen zu finden, die schon etwas länger zurückliegen. Auch wenn es nämlich sehr schwer fällt zu glauben, war Eminem nicht immer so weltbekannt und beliebt wie heutzutage. Nun ist nämlich ein Video aufgetaucht, in dem man den bekannten Rapper bei einer Performance sieht, die schon sehr lange zurückliegt. Das Video stammt wohl aus dem Jahr 1998 und zeigt den Rapper, als er noch keine Weltbekanntheit war. Solche Aufnahmen wirken im ersten Moment wenig spektakulär, doch wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit noch niemand mit seinem Handy in der Menschenmenge rumfuchteln konnte, eine echte Sensation. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.